Hallo und herzlich willkommen zum sechsten Teil unserer Abenteuer in den Forgotten Realms, Dungeons & Dragons, Magic, Spotlight, Set Spotlight Edition vom Spielhobin. Bei mir ist der Herr der Karten, seine Heiligkeit in aller Schönheit erleuchtet wie jeden Tag, der Herr der Karten, Patrick Porteele. Ich bin Zoi Christopher und die erste Karte, mit der wir starten, ist der ausgewachsene Golddrache und hier möchte ich den englischen Namen natürlich erwähnen, der Adult Gold Dragon. Das hört sich an wie ein neuer Porno-Channel, oder? Weiß nicht. Die Adult Gold Member Card. Okay, lassen wir das. Der ausgewachsene Drache kostet ein weißes, ein rotes 3, farblos, er ist 4-3, hat fliegend Lebensverknüpfung und Eile. Ich finde das Artwork sehr schön, der Patrick nicht. Ich finde die Karte an und für sich auch relativ gut, muss ich gestehen. Ja, die Karte ist gut, 5 Mana, 4 Mana, also bei 4 Mana wäre sie halt eine Karte, die in anderen Formaten Impact hätte, glaube ich sogar. Ja, mit Lifelink und Haste. Genau, vor allem mit Lifelink und Haste. Bei 5 Mana, glaube ich, ist sie in Standard gut daheim noch, ich glaube wie in allen anderen Formaten halt zu teuer, aber sie ist eben in Standard gut daheim, weil halt Lifelink und Haste ist halt richtig süßig auf einer Fliege-Integratur, die halt ziemlich sicher einmal connectet auf jeden Fall. Also es ist schade, dass es nicht 4 Mana kostet, wirklich, weil ich diese Karte gerne spielen würde. Gefällt mir sehr gut. Wenn es 4 Mana, würde es mich halt zu einem Lightning Angel erinnern und den habe ich früher rauf und runter gespielt. Ja, habe ich auch, ein Lightning Angel. Ich habe sehr lange Zeit auch in Highlander gespielt noch. Dann gibt es die Klasse der Barden. Kostet ein Grünes, ein Rotes, legendäre Kreaturen, die du kontrollierst, kommen mit einer zusätzlichen Plus-Eins-Plus-Eins-Marke ins Spiel. Stufe 2 kostet auch wieder ein Grünes, ein Rotes, legendäre Zaubersprüche, die du wirkst, kostet beim Wirken ein Grünes und ein Rotes weniger. Dieser Effekt reduziert nur die Menge an farbigen Mana, die du bezahlen musst. Stufe 3 kostet dann 5 Mana, ein Grünes, ein Rotes und 3. Immer wenn du einen legendären Zauberspruch wirkst, schicke die obersten 2 Karten deiner Bibliothek ins Exil. Du kannst sie in diesem Zug spielen. Ja, und ich habe es ja im ersten Teil gesagt, ich finde, das ist eine Sicke-Klasse. Ja, das ist sehr gut. Weil du für 2 Mana spielst halt mal aus, turn 2. Okay, turn 3 investiert in die 2 Mana, weil die Legendären dann eh um 2 Mana billig sind. Das heißt, das hat dich nichts gekostet, actually, und du spielst eine legendäre Kreatur. Es gibt legendäre Kreaturen, die diese Mana-Aquirements haben und dann nichts kosten, actually. Das heißt, du kriegst dann eine 3-3 ins Spiel für nichts. Und jede andere legendäre Kreatur, und es gibt viele in diesen Mana, die ein Rot, ein Grünes und eins oder so kosten, kosten einen Nasenramel, weil alle riesig. Und irgendwann kannst du dann auch problemlos dieses Ultimate leisten und dann geht es überhaupt ab. What he said. What? Also dieses um 2 billiger ist schon so stark. Schon gut. Das ist so stark. Schon gut. Kannst du den guten Niv-Misset für S-Bar-Kosten kosten? Ja, auch das. Also, weißt du, wenn du nur in Grul bist, ist es schon gut genug. Und natürlich kannst du deine dritte Farbe problemlos dazunehmen. Das ist arg. Und wenn du halt diese 5 Mana investierst, das ist natürlich schon vieles, aber dann auf einmal deine Sachen, wie du Karten ziehst praktisch, geht da halt auch das Gas nicht aus. Also, du spielst dann immer weiter. So, stark. Dann gibt es als nächstes Drisdurden. Ein weißer und grün ist eine farblose legendäre Kreatur. Elf Waldschläufe ist 3-3. Hat Doppelschlag. Wenn Drisdurden ins Spiel kommt, erzeuge Jün-Wi-War. 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 Einen legendären 4-1-gerinnen Katze-Kreatur-Spielstein, der Trampelstaden verursacht. immer wenn eine Kreatur stirbt und falls ihre Stärke größer war als die von Drist, lege so viel über das 1 auf Drist, wie die Differenz beträgt natürlich. Also das heißt, wenn Gynivar stirbt, wird sie Drist größer, ne? Zum Beispiel. Das ist dann 4-1-Trempler. Also du kriegst halt für 5 Mana 7 Power aufs Board. Das eine mit Double Strike und das andere mit Trempel. Ist schon eine fette Ansage. Ja, ist halt ein guter Finish. Board, Clear, Boom, Drist und der Kraotz. Drist und die Katze und dann geht's schon ins Gesicht. Und den, also den mit Double Strike und schon Handeln ist schon hart. Machst dann 10 Damage in den nächsten Tern, wenn nichts passiert. Genau. Dann kann's vorbei sein. Ja, finde ich eine sehr coole Karte. Overall. Überraschend stark. Dann gibt's die Klasse der Kämpfer. Ein rotes, ein weißes. Wenn die Klasse der Kämpfer ins Spiel kommt, durchsuche deine Bibliothek nach einer Ausrüstungskarte. Zeige sie offen vor. Nimm sie auf deine Hand und mische danach. Ich mag sowas. Ich mag sowas so gern. Ist auch gut. Ist auch gut. Ist auch gut. Ist so wie Steel Shapers Gift mit einem roten Meer. Ja. Für Weißrot. Ein farbloses Stufe. Für zwei Ausrüstenfähigkeiten, die du aktivierst, kosten beim Aktivieren zwei Mana weniger. Auch gut. Und damit gibt's schon viel Combo auf einmal. Ja. Equip. Du das, du die jenes. Hin und her. Und Stufe drei für fünf Mana. Rot, weiß, drei farblos. Immer wenn eine Kreatur, die du kontrollierst, angreift, wird sie in diesem Kampf von bis zu einer Kreatur deiner Wahl geblockt, falls möglich. Das finde ich das Unspannendste an der ganzen Karte. Das ist auch Unspannend. Ich meine, du kannst natürlich deine fetteste Kreatur dann von irgendwas blocken lassen und das damit halt, also du kannst das Remover einsetzen unter Anführungszeichen, aber ich finde halt die erste Bede ist super, weil du ein Tutor hast. Die zweite Bede ist super, weil du, wenn du auf diesem Thema bist, entweder einfach dein Ausrüsten billiger wird. Deine Schwerter kosten null. Zum Beispiel. Alle Swords kosten null. Zum Equip, ja. Oder du halt einfach irgendwelche Kombinationen-Eggens machst, weil halt das Ausrüsten auf einmal nichts mehr kostet und du drüstest da hinaus, tappst, drüstest da hinaus, tappst, top, 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 top. Machst irgendwas. Es gibt ja genug Sachen, die halt eingeschränkt sind dadurch, dass das Ausrüsten nicht was kostet und dann kostet sich einfach nichts mehr. Finde ich eine sehr coole Klasse. Dann gibt es Minsk, der beliebte Waldläufer, der kostet Naya-Farben, ist 3-3, Mensch-Waldläufer. Wenn Minsk, der beliebte Waldläufer, ins Spiel kommt, erzeugt Buu einen legendären 1-1-roten Hamster, Kreaturen-Spielstein, der Trampelschaden verursucht und Eile hat. Jawohl. Für X bis zu meines Zuges hat eine Kreatur deine Wahl, die du kontrollierst, Basisstärke und Widerstandskraft XX und wird zusätzlich zu ihren anderen Typen eine Riese. Aktiviere diese Fähigkeit wie eine Hexerei. Das ist echt schade, dass es nur als Hexerei geht. Finde ich auch. Sonst ist das halt, also... Tronst ist es halt ultra lustig. Genau, allein wegen dem Hamster. Dieser Hamster ist halt mega. Ich finde den Hamster auch in seiner Hand schon so cool. Der Hamster-Token, den es gibt, finde ich mega cool. Ich finde es lustig, dass du dann einen 1er kriegst, den du dann halt als 4-4er angreifen lassen kannst, weil er dann halt die Fähigkeiten auf ihn nutzt und dann ist halt ein 4-4er-Trampel-Hamster. Riese. Richtig, richtig cool. Richtig lustig. Nicht so stark wie jetzt der Diesen oder so, aber halt richtig geil. Dann gibt es die Klasse der Mönche. Ein Blau ist ein Weißes. Der zweite Zauberschritt, den du wirkst, kostet beim Wirken ein farbloser Mana weniger. Die Stufe 2 Blau-Weiß wieder. Wenn diese Klasse Stufe 2 erreicht, bringe bis zu einer bleibenden Karte deiner Wahl, die kein Land ist, auf die Hand ihres Besitzers zurück. Und Stufe 3 Blau-Weiß farblos. Zu Beginn deines Versorgungssegments schickst du die oberste Karte deiner Blick ins Exil. Solange sie im Exil bleibt, hat sie. Du kannst diese Karte aus dem Exil wirken, solange sie in diesem Zug einen anderen Zauberspruch gewirkt hast. Sehr viel Text. Ist die günstigste Klasse bis jetzt von der Mana-Investition? Mit allen Stufen gemeinsam einst du? Ja, das kann sein, ja. Ja, also es geht halt in dieses Zwei-Spells-Thema komplett rein, was halt okay ist, weil du kastest es einmal und dann wird halt jeder Spell, also du kannst dir dann und dann gleich den Folge-Spell günstig kasten sozusagen, was halt super ist. Die Stufe 2 finde ich semi-relevant, ich meine du kannst vom Gegner was bouncen, um halt dieses Tempo-Play zu machen. Du kannst von dir was bouncen, um halt wieder einen zweiten Spell zu haben, was auch interessant sein kann, das 3, das dritte ist wahrscheinlich in dem Deck einfach ein Kartrao, ja? Wahrscheinlich, ja. Weil du ziehst eine Karte, die spielst dann und dann spielst du die zweite aus dem Exil und hast dann wieder zwei Spells, triggert wieder alles, was zwei Spells will und alles ist labernd. Ich weiß trotzdem noch immer nicht, wo ich das spielen will. Das weiß ich auch nicht. Vor allem, weil dieses Zwei-Spells-Deck, das ist nicht weiß-blau momentan, aber vielleicht ist es dann weiß-blau, ja. Das ist eher rot-blau, nicht? Ja, es gibt rot-blau mit dem halt, mit der Sage gibt es die Variante, nicht wahr? Es gibt es mono-weiß, es gibt es auch theoretisch weiß-blau, weil du halt diese, welchen Set waren das eher auch? Kaltheim, wo du diese ganzen mit dem Vorteil-Sachen hast. Ja, ja, ich weiß schon, ja, ja. Also, vielleicht auch wieder relevanter nach Rotation. Möglich. Dann gibt es Orkus, Fürst der Untoten, der kostet Rot-Schwarz 2x, 5-3, fliegend, verursacht Trampelschaden. Ist ein Dämon, legendär. Wenn Orkus, Fürst der Untoten ins Spiel kommt, bestimme eines. Jede andere Kreatur erhält minus x, minus x bis zum Ende des Zuges. Du verlierst x Lebenspunkte. Oder bringen bis zu x Kreaturenkarten deiner Wahl mit Gesamt-Mana-Betrag x oder weniger aus deinem Friedhof ins Spiel zurück. Sie erhalten Eile bis zum Ende des Zuges. Ja, den finde ich ja richtig gut. Ja. Den finde ich ja richtig gut. Man muss sagen, man kriegt im Endeffekt für eine Rotation, zwei Farblose, einen Flying Trampler mit 5-3 und hat drauf, nicht Eid of Winter, sondern das andere. Toxic Deluxe. Toxic Deluxe. Und das ist schon. Und Toxic Deluxe kostet 3. Ja, eben. Und es kostet 1 mehr. Nein, Toxic Deluxe kostet nicht 3. Du kostet x. Ah ja, x. Ah nein, kostet 3. 3 und das x. Ah ja, blödsinn, dann musst du x auch noch zahlen. Das ist kein Toxic Deluxe, sorry. Ja, weil du musst du x auch noch zahlen. Nein, du zahlst Leben bei Toxic Deluxe. Das kostet 3 und du zahlst x Leben. Ja, eh. Und da musst du x Mana zahlen. Und da musst du x Mana zahlen, das ist ja Blödsinn. Nein, 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 es ist halt schon schlecht. Ja, sicher ist es schlecht, Toxic Deluxe. Aber es ist noch immer eine gute Karte. Ja, eh. Wenn du es dir zur Not kannst, du auch immer für 4 Mana einfach 5-3 Flying Trampler spielen. Und sagen, passt schon. Dann gibt es die Klasse der Schurken oder Rouge-Klasse. Schwarz-Blau. Immer wenn eine Kreatur, die du kontrollierst, einem Spieler Kampfschaden zufügt, schicke die oberste Karte der Bibliothek. Jenes Spiel ist ins Exil, verdeckte ins Exil. Du kannst sie anschauen, solange sie im Exil bleibt. Mhm. Stufe 2 für Schwarz-Blau. Farblose Kreaturen, die du kontrollierst, haben Bedrohlichkeit. Das ist sehr gut. Ja. Und für 4 Mana, Stufe 3. Du kannst von der Klasse des Schurken ins Exilgeschichte Karten spielen. Und um sie zu wirken, kannst du Mana ausgeben, als wäre es Mana einer beliebigen Farbe. Das ist auch eine sehr sicke Klasse, finde ich. Das finde ich auch eine gute Klasse, ja. Die erste Bibliothek ist nur okay, wenn du natürlich mal die Viertlern dazu hast, also Stufe 3 hast, ist unglaublich wieder. Wenn du halt dann schon vielleicht 3, 4 Karten im Exil hast und dann spielst du einfach das Beste draus. Und die Stufe 2 ist halt auch schon allein sehr gut, weil Bedrohlich, wie wir wissen, ist halt schon eine gute Bibliothek, wenn es alle deine Kreaturen haben. Ja, Bedrohlich ist halt wirklich unangenehm. Wenn es alle haben, wird es halt schon hart für den Gegner. Finde ich cool. That's right. Coole Klasse. Dann gibt es Skelettausschwärmen. Das ist eine Verzauberung für Grün, Schwarz und 3 Farblos. Jedes Skelett, das du kontrollierst, verursacht Trampelschaden, greift in jedem Zug an, falls möglich, und erhält plus x, plus 0, wobei x gleich der Anzahl anderer Skelette ist, die du kontrollierst. Zu Beginn deines Endsegments erzeugst du einen 1-1 schwarzen, getappten Skelett-Kreaturen-Spielstein. Denn falls in diesem Zug eine Kreatur gestorben ist, erzeugen stattdessen zwei solcher Spielsteine. Genau. Es gibt halt so wenig für Skelette, nicht? Es gibt, also ich habe ihn nicht drin, aber es gibt in Ankommen sogar einen 4-Mana-Skelett-Lord. Also der Skelett-Zombie noch was Lord, der gibt allen plus 1, plus 1. Also es geht schon, du kannst schon wahrscheinlich in Skelett-Tribal gehen. Aber wer will das schon? Das Problem ist halt, dass du halt, wenn du nicht im Skelett-Tribal bist, das allein halt zu schlecht ist, nicht wahr? So ist es. Weil du kriegst halt dann, du kriegst dann halt mit einer 2, 3, 1 Trampler an, das ist schon okay, oder mit 2, 3, 0 Tramplern an, 3, 1 Tramplern, die kann, das ist schon okay, aber jetzt nicht aufregend. Ja. Der muss sich eigentlich beide totblocken, weil sonst wird es halt schlimmer, weil dann wird es halt eine 4-1 Trampler und dann 5-1 Trampler und dann geht es halt schon, nehmen wir lustig dahin. Also vielleicht ist das Beste, was man denkt eigentlich. Bin ich begeistert, noch immer nicht. Schau mal, was jetzt kommt, Klasse der Zauberer nämlich. Ein rotes, ein blaues, wenn die Klasse der Zauberer ins Spiel kommt, ziehe zwei Karten und wirf dann zwei Karten ab. Ein Is-It-Charme, nicht? Ja. Für Rot-Blau Stufe 2, Kreaturen, die du kontrollierst, haben, tappe sie. Erzeuge ein blaues oder ein rotes Mana, verwende dieses Mana nur, um einen Zauberspruch oder eine Hexerei zu wirken oder um die Stufe einer Klasse zu erhöhen. Ja. Aha. Und Stufe 3 kostet 5 Mana. Immer wenn du einen Spontanzauber oder eine Hexerei wirkst, fügt jener Zauberspruch jenem Gegner so viele Schadenspunkte zu, wie du in diesem Zug Spontanzauber und Hexereien gewirkt hast. Ja. Das ist ein bisschen ein Storm-Count oben, nicht? Ja, also, ich meine, wenn jeder deiner Instant-Saucerys für eins den Gegner pingt, ist es nett, aber jetzt nicht aufregend. Wenn natürlich dann der Dritte, weil du halt drei gespielt hast, schon ein Lightning Bolt ist, ist natürlich schon wiederum ganz, ganz solide, ja. Ich glaube auch. Ich finde die Stufe 2 da eher wenig berauschend. Die Stufe 2 finde ich einfach uninteressant, sagst du, wie es ist. Ja, aber der Vorteil ist, dass du die Stufe 2, wenn du halt wenigstens irgendeine Kreatur hast, die Stufe 3 feedest. Du schaust halt schnell, genau. Schaust halt schnell in die Stufe 3 kommst. Ja. Und mit der Stufe 3 hast du halt einfach eine Winning Option dann. Genau. Da spiele ich halt dann, keine Ahnung, den Opt und irgendein Spell und schießt da halt drei Damage in dem Zug dafür, dass ich eine Karte gezogen habe und irgendwas gemacht habe. Ja. Dann zahlt es sich schon wieder aus. Ja. Also es geht halt total schnell, weil 1, 2, 3 und dann hast du sechs Damage geschossen bei drei Spells. Ja. Wenn du lauter Can-Tips spielst, geht das halt. Finde ich spannend, muss ich gestehen. Dann kommt Targnur, Dämonenzahn-Gnoll. Mhm. Was ist ein Gnoll? Ja, das ist er nicht. Eine Mischung aus einem Troll und einem Gnom? Vielleicht. Ein grünes, ein... Ich hätte jetzt an einen Hund gedacht, aber die Gnoll, Gnom und Troll mischen finde ich eigentlich ein bisschen über genial eigentlich. Ähm, grün und rot, 2, 2, der hat auch besagte Rudeltaktik oben. Mhm. Das heißt, immer wenn er angreift und falls in diesem Zug Kreaturen mit Gesamtstärke 6 oder mehr angegriffen haben, erhalten angreifende Kreaturen plus 1, plus 0 bis zum Ende des Zuges. Ja. Und für grün, rot, 2, verdopple Tag, Nars, Stärke und Widerstandskraft bis zum Ende des Zuges. Den finde ich ja mal echt grundsolide. Ja, also ich habe ihn reingenommen, einerseits weil er grundsolide ist und andererseits. Weil er ein Gnoll ist. Und weil du ihn gratis ausspielen kannst, wenn du das... Das ist halt, Turn 2 darfst, ubleveln und ihn gratis spielen, hast gleich mal einen 3-3er. Das ist gut. Du hast gerade das andere 3er gespielt, Turn 3. Und dann verdoppelst du seinen Dreck und für 6 und dann gibt er noch... Genau, und dann ist er schon dabei. Und dann haut er schon für 7 zu. Und allen anderen Freunden plus auch plus 1. I see. Finde ich sehr spannend. Ja. Finde ich eine grundsolide Karte. Ja. Das Einzige, was an diesem Legendär-Deck hart ist, dass du halt... Legendär bist. Genau, dass du halt nicht, dass du kaum vorauf spielen kannst, weil wenn du geflutet bist an einem, kannst du halt nicht voll es ausnutzen. Ist halt wertlos. Dann gibt es den Kollegen, der wurde ja schon sehr früh gespoilert, war gleich die allererste Karte. Das ist Tiamat. Drachengott, 7-7 Legendär. Kostet Rainbow und 2 farblose Fliegend, wenn Tiamat ins Spiel kommt. Und falls du sie gewirkt hast, durchsuche deine Politik nach bis zu 5 Drachenkarten, die nicht Tiamat heißen und die unterschiedlichen Namen haben. Dann zeige ich sie offen vor. Nimm sie auf deine Hand und mische danach. 7 Mana ist halt schon viel, aber halt 5 Drachenripen ist halt sick. Ja. Ich glaube ja eher, dass das ein super Drachenkommander ist, als dass es... Das ist ein sicker Kommander. Als dass es jetzt der Standard-Playable ist, weil 5-Color ist schon hart. Ich meine, ich habe 5-Color schon im Standard gespielt, weil ich habe eine Zeit lang mich sehr intensiv an den Shrinen probiert. Und das ist auch ein 5-Color-Deck. Und das hat nur funktioniert, weil der grüne Shrinen die halt Mana macht in verschiedenen Farben. Ich glaube nicht, dass du in Hardcast'n wirst. Also wird es wahrscheinlich schon irgendwie gehen, ja. Aber ich glaube eben wirklich hier dieser Kommander. Ja, auf jeden Fall. Da ist er leibernd. Dann gibt es den triumphierenden Abenteurer. Der kostet ein Schwarzes, ein Weißes, ein Seins, ist ein Mensch-Rieter. Todesberührung, solange es dein Zug ist, hat der triumphierende Abenteurer Erstschlag. Immer wenn der triumphierende Abenteurer angreift, wage dich ins Gewölbe. Was an dem halt gut ist, dass er, wenn er in deinem Zug halt First Strike Death Touch hat. Das heißt, er nimmt halt jeden Trottel mit. Genau. Und wenn er den Trottel nicht mitnimmt, dann geht er halt in den Dungeon spazieren. Nein, er geht immer in den Dungeon spazieren, weil er muss nur angreifen, aber er muss nicht connecten. Das ist mal das Erste, das ist schon wirklich gut. Er ist einer, der kein Damage machen muss, um in den Dungeon spazieren zu gehen. Und der Gegner muss ihn halt doppelt blocken. Das heißt, er muss eine Kreatur ernsthaft opfern, weil sonst ein Einfachblock funktioniert halt nie. Ja. Und stell dir vor, er doppelt blockt den und ich gebe ihm irgendwie plus 1, plus 0 auf einmal. Dann habe ich zwei Kreaturen gekillt und es ist nichts passiert. Fürchterlich. Also der ist schon wirklich grundsolide, einfach weil er so lästig ist, wenn du keinen Removal hast. Also gegen das Creature Attack ist der halt eine Katastrophe. Der ist halt absolut verrückt. So, entschuldige, ich habe mich da verdrückt. Was führst du auf? Ich habe mich verdrückt, ich wollte schon, wie viele Karten wir noch haben. Zwei noch. So, und zwar das Erste ist Volo, Kenner der Monster. Mhm. Der kostet ein grünes, ein blaues, zwei farbloses, drei zwei Mensch, Zauberer, legendär, weil daran Namen. Ja. Immer wenn du einen Kreaturenzauber wirkst, der keinen Kreaturentyp mit einer Kreatur, die du kontrollierst oder einer Kreaturenkarte in deinem Friedhof gemeinsam hat, kopiere den Zauberspruch. Ja, kann interessant sein, nicht? Ja, das ist halt, ich denke mir auch, der ist halt für Commander viel besser als für jedes andere Format, weil er wird halt besser, umso mehr verschiedene Karten ich spiele. Und zwar wirklich, weil nicht, dass ich sie ja nicht im Tisch habe, sie darf nicht mal im Friedhof sein. Ja, das ist halt schon, also die Friedhofsklausel ist halt schon traurig. Ist halt eine schwarte Einschränkung, weil sonst würde ich sagen, okay, mit legendären Kreaturen ist es eh wurscht, weil entweder habe ich sie im Spiel oder halt nicht, aber wenn ich es halt im Friedhof ist, kann ich halt die nächste wieder nicht spielen und halt, ja, jo, finde ich halt okay. Lustig, danke fürs Kommen. Jetzt gibt es noch Xanata, der Verbrecherfürst. Das ist, finde ich, das beste Artikel. Das Auge, ein schwarzes, ein blaues, vierfarblose, fünf, sechs, legendäre Kreatur, das Betrachter. Hahaha, saudum. Zu Beginn deines Versorgungs, wirklich, Betrachter. Was ist da das Englische? Das weiß ich nicht, aber ich weiß, dass die die gegeben hat, weil ich kenne solche Viecher schon als uralte Edition. Zu Beginn deines Versorgungssegments bestimmst du eine Gegner deiner Wahl. Bis zum Ende des Zuges kann jener Gegner keine Zaubersprüche wirken. Kannst du dir zu jedem Zeitpunkt die oeste Karte aus einer Bibliothek anschauen, kannst die oeste Karte aus einer Bibliothek spielen und kannst Mana ausgeben, als wäre es Mana einer beliebigen Farbe, um Zaubersprüche auf diese Weise zu wirken. Ja, ist schon ganz cool, nicht? Hallo, das ist ein sanfter Mainz-Lever. Schon sehr lustig. Das ist halt arg, oder? Die Sache ist halt, du wartest einen Turn, bis das passiert. Ja, ja. Er kommt einmal, dann ist einmal nichts. Dann ist ein fetter Fünf-Sechser da. Genau. Und wenn der eliminiert wird, war nichts. Ist blöd gelaufen. Aber wenn nicht er eliminiert wird, dann kann der Gegner nichts machen, weil da kann keine Zaubersprüche wirken. Ich schau mal seine oeste Karte an, überlege mir, ob ich die zocken will. Das ist schon ganz witzig, oder? Weil die Combo aus, dass er nichts machen kann, ist schon relativ gut, weil du kannst dann machen, was du willst. Ja, ja, sicher, ja. Auch wenn du jetzt da pfeifst, dass du von ihm was spielst. Ja, ja, du machst einfach was. Und wenn du was oben wirklich was Geiles hast, dann spielst du es halt. Ja, kann schon lustig sein. Ich finde ihn cool. Ich finde ihn auch lustig. So, wir sind fertig mit den Multicolor-Teilkarten. Also wir haben morgen, gestehe ich jetzt schon, noch die vier Commandos, den Commander-Dex, die immer Multicolor machen. Aber nachdem wir schon Artefakte in schwarz haben, haben wir die jetzt nach hinten verschoben, damit wir gleich viele Karten zickern haben. Dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Ihr könnt natürlich immer Like, Subscribe und Kommentieren auf Facebook, YouTube und Twitter. Ihr könnt unserem Instagram-Channel folgen, unserem Discord-Server beitragen, uns im Spielraum in Wien antreffen und den Herrn der Karten immer schimpfen. Viel Dank fürs Zuschauen oder Loben. Bis morgen. Ciao, aber. Gibt kein Lob. Ist das in einem Server? Können das sein, die Betrachter?